Herzlich Willkommen zurück zu einer neuen Folge von PUBG! Wir springen einfach direkt rein, mal sehen wie es denn heute so läuft. Och, das ging jetzt aber schnell. Ich gehe dahin. Ok, dahin gehen sehr viele runter. Ok, wir sind hier direkt bei der Zone, das ist natürlich nicht schlecht. Ok, wir haben ein Sturmgewehr und wir haben ein Scharfschützengewehr. Oh, sechsfach stark. Da irgendwo ist einer. Ok, ich habe mich eben schon gewundert, warum habe ich den ausgenockt? Warum habe ich gegen ein Team gespielt? What the fuck? Ja, warum steht das auf Squad? Ich habe das nie umgestellt. Warum hat das Update das automatisch zu Squad geändert, wenn das vorher auf Solo stand? Das macht gar keinen Sinn. So, ok, jetzt auch wirklich Solo. Ich gehe dahin. Ich nehme die mal mit. Solange ich nicht so viel Munition für die habe. Das Ding ist, ich habe jetzt halt ein Scharfschützengewehr, ne? Was natürlich nice ist. Ich mag Scharfschützengewehre. Aber ich habe kein Visier. Ok, dreifach. Das ist nicht schlecht. Und zwar für beide. Muni. Sehr gut. Das ist die, die ich brauche. Ich bin immer noch in der Zone. Das ist gut. Okay. Okay. Ich habe natürlich nur ein Dreifach. Damit ist natürlich nicht so akkurat. noch ein Dreifach. Dreifach habe ich genug. Achtfach. Sehr nice. Ich bin halt in der Zone und ich bin auch relativ mittig in der Zone. Ich habe eigentlich aktuell keinen Grund, mich zu bewegen. Und ich bin halt auch nicht schlecht ausgerüstet. Was Schutz angeht, bin ich nicht so gut ausgerüstet. Ich habe nur Stufe 1 West und Hell. Aber waffentechnisch bin ich sehr gut ausgerüstet eigentlich. Hier wird extrem viel geschossen. Aber ich sehe niemanden, der schießt. Da hinten ist jemand. Da habe ich gerade kurz jemanden gesehen. Das Ding ist, wenn ich auf jemanden schieße, muss ich auch sicher sein, dass ich den treffen kann. Also ein bisschen unbewegliches Ziel. Wenn ich schieße, weiß ich jeder meine Position. Okay, das sind schallgesdämpfte Schüsse. Das ist ziemlich nah. Oh shit, das ist auf der ganz anderen Seite. Komm. Ich weiß nicht, was die Smoke dir da bringen soll. Ich muss... Ich muss moven. Schaffe ich nicht. Fuck. Die Zone ist zu schnell. Ja, und die macht so viel Schaden. Ich bin tot. Ah, verdammt. Ja, das war klar. Aber Platz 5. Gar nicht so schlecht. Und wir haben einen Kill... Wo habe ich denn einen Kill gemacht? Ich kann mich gar nicht mehr daran erinnern. Ah ja, stimmt. Der eine Typ relativ am Anfang. Von dem ich dann ja auch die Waffe hatte. Stimmt. Jetzt erinnere ich mich. Naja, okay. Das reicht dann auch für heute mit PUBG. Wir sehen uns dann nächstes Mal wieder. Wenn wir irgendwann wieder PUBG spielen. Oder nächste Mal mit einem anderen Spiel bei Mini Gunsday. Also wenn ihr es nicht verpassen wollt, abonniert diesen Kanal. Bis dann. Schönele. Auf Wiedersehen. Tschüss. 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 Schrohn.